Hey, eigentlich müsste ich in Milwaukee sein, um Ihren Gatten zu erledigen. Wieso sind Sie dann hier? Mord ist Unrecht, Sharon. Muss ein Killer mir sagen. Nobody's perfect. Hab ich dich betrogen? Ja, kann schon sein. Warum passiert mir das immer wieder? Bin ich so ätzend? Nein! Bin ich. Du bist ein Jammerlappen, eine Versagerin. Du bist nur unfertiges Gesamtkunstwerken. Wie hast du das gemacht? Sind ein Haufen Kondome. Wow, du siehst toll aus. Äh, Frau Ober, kann ich... Ich hab hier ein Date und ich mag die Kleine. Hat das nicht bis morgen Zeit? Oh! Hey, hast du zwischendurch einen Roman geschrieben? Nein, entschuldige. Ich muss auf dem Parkplatz jemanden umlegen. Klar, na dann. Wieso sollte jemand unseren Mann in aller Öffentlichkeit umlegen? Los, blass ihm die Birne weg. Der Typ ist mehr so ein sexy Rain-Man oder so. Danke. Sie sind vom FBI und Ihnen wohl eine neue Zielperson zugewiesen. Er war früher einer der weltweit berüchtigsten Profikiller. Ist der ausgestiegen? Nein, er hat sowas wie ein Moralkodex entwickelt. Als er sagte, dass er jemanden umgelegt hat, dachte ich, das wäre ein Schatz. Wer ihn jetzt anheuert, muss selbst dran glauben. Er bringt die um, die ihn anheuern. Ja. Ist der tot oder? Nein, nur bewusstlos. Diese umgedrehte Auftragskillersache ist... Die ist irre, ich weiß. Ich fand dich so cool. Und nun bringst du Leute um und... Dieser Killer ist brutal schnell und voll Schizo, ja? Wir schießen die Birne weg. Jeder Junkie in Brooklyn hat eine bessere Knarre. Wir müssen weg hier. Ist er schlimm? Du siehst gut aus, finde ich. Danke. Lauf! Ja, ich glaube, ich liebe ihn. Ist das dumm? Ja, sehr sogar. Total irre, ich kenne nicht mal seinen Namen. Und dann, Mr. Right? Ja, Mr. Right. Bane, Bane! Bane, Bane!